Herzlich willkommen bei Digitale Optimisten. Ich bin Alex und das hier ist mein Podcast, in dem ich die spannendsten Gründer mit den interessantesten Ideen aus dem Silicon Valley interviewe. Diese Folge ist der zweite Teil meines Interviews mit Mike Malko von Blair, der einen 2 Billionen Dollar Markt revolutionieren will mit einer völlig neuen Art von Studienkrediten. Falls du den ersten Teil nicht gehört hast, dann würde ich dir empfehlen, zuerst den zu hören, weil wir da über den grundlegenden Aufbau seines Geschäftsmodells reden und natürlich über Mike als Person. Die nächste reguläre Folge mit einem neuen Interviewpartner kommt dann wieder wie gewohnt nächste Woche Montag. Wie immer freue ich mich über Kritik, Feedback und Anregungen an alexander-at-digitale-optimisten.de. Und jetzt viel Spaß mit dem zweiten Teil meines Interviews mit Mike von Blair. Kommen wir zum letzten Block unseres Interviews und das sind die Rapid-Fire-Questions. Ja, relativ klar, kurze Fragen, gern kurze Antworten. Wenn du länger antworten willst, ist das auch kein Problem. Okay. Bist du bereit? Ich bin bereit. Sehr gut. Erste Frage. Stell dir vor, du kannst ein Dinner mit sechs ganz beliebigen Gästen aus der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft ausrichten. Wen lädst du ein? Oder wir können auch weniger als sechs, wenn jetzt sechs zu viel sind. Schwierig. Ich sage jetzt einfach mal Sachen, die mir spontan einfallen und werde mich wahrscheinlich irgendwann später komplett ärgern, dass ich nicht an irgendwen ganz anderen gedacht hätte. Sag nicht Elon Musk, das sagt jeder. Nee, Elon wäre bestimmt irgendwie dabei, aber wir müssen es ja nicht langweilig sein. Also, Charlie Munger wäre auf jeden Fall dabei. Ah, der Partner von Warren Buffett. Genau. Er hat eins meiner absoluten Lieblingsbücher geschrieben. Also, er wäre auf jeden Fall dabei. Von ihm kann ich, glaube ich, einiges lernen. Dann Naval von AngelList hätte ich auf jeden Fall mit am Tisch. Ich finde ihn sehr beeindruckend und lese und höre seinen Content lieber sehr gerne. Dann Brandon Sanderson, mein Lieblings-Fantasy-Autor. Muss ich auf jeden Fall einladen. Klar. Sonst wäre ich nachher sehr enttäuscht. Dann, ich will auch nicht nur, wahrscheinlich wären es wirklich primär eigentlich irgendwie Startup-Leute oder Autoren. Aber Vergangenheit. Wenig unglaublich, unglaublich spannend fände es dann noch Benjamin Franklin. Seine Autobiografie gefällt mir extrem gut und seine Biografie fand ich auch sehr beeindruckend. Ich würde wahrscheinlich noch, ich überlege gerade, wie ich rangehen sollte. Sollte ich einfach mehr lernen oder sollte ich einfach einen besseren Vorteil für die Zukunft rausziehen? Das ist vielleicht noch so ein Unterschied. Ich meine, ich könnte halt irgendwie Leute aus der Vergangenheit nehmen, aber die sind dann danach halt wieder tot. Oder ich könnte einfach eine richtig gute Beziehung mit jemandem aufbauen, mit dem ich mich auch noch öfters zusammensetzen könnte und den dann könnte. Stimmt. Genau, also die wären auf jeden Fall dabei. Ja, ich glaube, ich glaube, wen ich noch spannend fände, wäre, boah, ich werde seinen Namen auf jeden Fall falsch aussprechen, Elisa Jutkowski. Ein AI-Researcher, der sehr viel über Rationality schreibt, den ich unglaublich cool und sehr inspirierend finde. Und dann als letzte Person, habe ich schon? Fünf, glaube ich? Ich glaube, du hast fünf. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube auch, ich habe fünf. Wir sagen aber, ich habe fünf. Okay, du hast fünf. Und noch, falls du noch vier hattest, dann sagen wir noch deine Mutter, damit die das auch mitbekommt. Nee, ich glaube, ich glaube, sie würde ich aktiv nicht einladen, weil mit ihr kann ich immer dünner. Okay, klar. Aber ich würde dir nachher ausführlich davon erzählen. Ja, ich glaube, die letzte Person wäre wieder ein Autor. Patrick Rotfuß hat auch einige meiner Lieblingsbücher im Fantasy-Bereich geschrieben. Und mein Gedanke dahinter ist, an die ganzen Startup- Leute oder so, komme ich, die ich, die mir direkt mehr bringen würden, komme ich um einiges einfacher ran. Und an die Autoren komme ich nicht so einfach ran. Und deswegen nehme ich die auf jeden Fall auch noch dazu. Und ja. Auf jeden Fall, das habe ich noch nie gehört, die Gäste. Ja, auf jeden Fall Chapeau, völlig neue Antwort. Okay. Ja, wie gesagt, ich werde mich irgendwann auf jeden Fall darüber ärgern, weil ich bestimmt irgendwen auf jeden Fall vergessen habe, den ich dabei haben will. Aber auf jeden Fall hätte ich mit dem Dinner sehr viel Spaß und würde einiges lernen. Das hört sich gut an. Nächste Frage. Was ist das Buch, das unsere Hörer lesen müssen? Okay, also es gibt diese ganzen Standard- Empfehlungen, die ratte ich jetzt nicht runter. Vielleicht versuche ich mal Pocket-Pics zu finden, die die Leute vielleicht noch nicht kennen. Was sind Pocket-Pics? Einfach so Sachen, die jetzt nicht so Mainstream sind. Ja, finde ich gut. Also ein Buch, was ich richtig faszinierend finde, heißt Networks, Crowds and Markets. Und ich glaube, der Subtitle ist sowas wie Reasoning about a highly connected world. Und es geht darum, wie Netzwerke unsere momentane Gesellschaft prägen. Einerseits durch das Internet, aber auch darüber hinaus, wie Märkte funktionieren. Und es ist einfach ein relativ theoretisches Buch, teilweise auch mathematisches Buch, aber was sehr gut beschreibt, meiner Meinung nach, wie wichtig Verbindungen von entweder irgendwie Netzwerkpunkten, aber teilweise auch von Menschen sind in der heutigen Welt. Und Netzwerkeffekte sind sowieso eins meiner absoluten Lieblingsthemen. Und ich denke mal, dieses Buch werden die meisten Leute nicht kennen. Das heißt, das wäre eins. Und das andere, das ist ein bisschen mehr Mainstream, aber auch ein sehr, sehr, sehr gutes Buch. Es heißt Rationality from AI to Zombies. Und das ist sogar von einer der Personen, die ich auch zum Dinner eingeladen habe, Jutkowski. Und es ist eine sehr gute Abhandlung darüber, wie man rational denken sollte, was so die normalen Biases sind, die man im Kopf hat und wie man es schafft, einfach generell rationaler zu denken. Ich hoffe einfach, das sind zwei Bücher, die die Leute noch nicht so sehr kennen. Und ich muss trotzdem auch noch ein Fiction-Buch empfehlen, weil es gibt ja Leute, die auch mal was anderes lesen wollen. Und das Stormlight Archive von Sanderson, auch eine Person, die ich eingeladen habe, ist somit die beste Buchreihe, die ich bis jetzt gelesen habe. Und ich habe sehr viel gelesen. Also es ist sehr, sehr, sehr gut für jeden, der Fan von Fiction und Fantasy ist. Cool, okay. Werde ich auf jeden Fall verlinken, die drei. Am besten finde ich From AI to Zombies. Ja, der Titel ist sehr catchy. Ja, stimmt. Okay. Die nächste Frage ist, du hast in deiner Jugend viel Handball gespielt. Was hast du daraus für dein Geschäftsleben gelernt? Drei Sachen. Erstens, die harte Arbeit kommt immer vorher. Also an dem Tag, wo wirklich das wichtige Spiel ist, kannst du nur bis zum gewissen Grad beeinflussen, ob du gewinnst. Die Monate und Wochen davor sind das Wichtige. Und das ist, glaube ich, eine Sache, die ich gelernt habe. Die zweite Sache, generell, dass es nicht nur auf die Fähigkeiten der einzelnen Menschen im Team ankommt, sondern auch darauf, wie kompatibel sie sind und wie sie miteinander umgehen. Weil ich glaube, oft die Spieler mit schlechteren Einzelleistungen trotzdem gewinnen können. Und das ist, glaube ich, in der Geschäftswelt meiner Meinung nach ähnlich. Und der dritte Punkt ist, dass harte Arbeit sich irgendwann auszahlt. Das ist noch so eine Sache. Man verliert vielleicht mal das Spiel oder das Turnier oder was weiß ich was. Aber wenn man hart arbeitet, dann kann man irgendwann auch die notwendigen oder die daraus folgenden Erfolge irgendwie erzielen. Und ein vierter Punkt noch, man sollte sich sehr, sehr bewusst sein, mit wem man in ein Team möchte. Und ich glaube, dass es viele Leute sehr stark vernachlässigen und eher den Job aussuchen oder zu wenig Wert darauf legen, mit wem sie wirklich oft mehr Zeit verbringen, als mit ihren Lebenspartnern oder besten Freunden oder was weiß ich was. Und ich habe halt den riesigen Vorteil, dass meine zwei Mitgründe einfach zwei meiner besten Freunde sind. Das heißt, ich schummel an der Stelle schon mal ein bisschen. Ja, ist gut, dass du ein Teamsport wie Handball gespielt hast und nicht Golf. Weil ich glaube, dann hättest du wahrscheinlich ganz andere Dinge gelernt. Hätte ich andere Sachen gelernt, ja. Okay. Nächste Frage. Wann hast du zuletzt gedacht, das ist das nächste große Ding? Und wann hast du zuletzt gedacht, oh mein Gott, was mache ich hier eigentlich? Das geht alles schief. Meinst du bei Blair? Bei Blair, ja. Ich habe gefühlt, ich denke, die Sachen immer abwechselnd in so einem Wochenrhythmus. Und es ist einfach so eine Achterbahnfahrt. Und teilweise ist es nicht mal ein bestimmter Auslöser, sondern es ist irgendwie Tagesform oder was weiß ich was. Okay, also ich glaube, der Moment, wo ich wirklich gedacht habe, hey, das ist ein richtig großes Ding war, als wir andauernd regelmäßig Anfragen bekommen haben von Bildungseinrichtungen in den USA. Also wenn ich Bildungseinrichtungen sage, dann meine ich nicht große Universitäten, sondern teilweise einfach so kleinere irgendwie so Coding Bootcamps oder andere Nischenspieler, die uns gefragt haben, ob sie unsere Technologie benutzen können, um ein ISA-Produkt anzubieten. Obwohl wir es nirgendwo beworben haben, dass wir es auch im B2B-Bereich machen. Und das war irgendwie eine Sache, die mir gezeigt hat, hey, da ist sehr, sehr viel Bedarf und der wird am Markt momentan noch nicht befriedigt. Das ist so der Punkt. Und dann, als Corona angefangen hat und wir waren relativ früh und als es dann, also wir waren relativ früh remote, schon Mitte Februar, aber als es dann im März so richtig eingeschlagen hat in den USA, dachte ich kurz, okay, ja gut, wir können einpacken mit dem, was wir gerade machen. Das müssen wir irgendwie ziemlich stark anpassen. Und ich hätte nicht gedacht, dass es sich jetzt danach auch wieder so positiv alles entwickelt. Aber ja, also das war definitiv einer der Momente, als dann irgendwie die Grenze zu war und irgendwie die Arbeitslosenquote einfach immer noch, die stießt ja immer noch nach oben. Ich weiß nicht, ob du den letzten Jobs-Reports gelesen hast. Ja, das war suboptimal. Aber mittlerweile ist es bei uns so, wir haben irgendwie schon so viel erlebt, auch in unseren noch relativ jungen Jahren, was uns irgendwie so entgegengeworfen wurde, dass es bei mir mittlerweile so ist, ja gut, es kann irgendwie alles kommen, was irgendwie kommen kann. Ich nehme es hin und mache dann irgendwie, dann passe ich halt die Strategie an und gehe mit der neuen Situation um. Und das ist im Moment schwierig, also in jedem einzelnen Moment. Aber ich habe das Gefühl, man entwickelt mit der Zeit auch irgendwie so eine Art Resistenz irgendwie dagegen. Eine Resilienz, ja. Resilienz, ja genau, ja hier, schön. Waren wir mal bei Corona. Was hat dich denn in den Wochen des Corona-Lockdowns persönlich am meisten genervt und was hat dir gefallen? Ich fange mal mit gefallen an. Ich bin so produktiv, es ist richtig schön. Ich stehe morgens auf, ich mache meine Morgenroutine, ich setze mich an meinen Schreibtisch und arbeite den ganzen Tag. Zwischendurch mache ich einen Workout und dann arbeite ich wieder und dann gehe ich schlafen. Ich muss nichts anderes machen, es gibt keine Logistikprobleme. Ich habe nur Arbeit. Ich habe keine Ablenkung. Das ist super. Also das ist sehr schön und damit komme ich auch ziemlich gut klar. Ja, was mich am meisten nervt, ist halt, dass ich das Team nicht sehe. Das ist, glaube ich, relativ weit oben. Und ich war jetzt was länger verletzt, beziehungsweise hatte eine OP Ende letzten Jahres, konnte dann monatelang keinen Sport machen und bin jetzt seit anderthalb Monaten wieder fit und habe es immer noch nicht geschafft. Also ich mache halt meine Homeworkouts, aber ich kann keinen richtigen Sport machen, irgendwie ins Fitnessstudio oder Teamsport und es juckt. wirklich überall und ich brauche bald wieder meinen richtigen Sport. Ich glaube, das nervt mich am meisten. Okay, verstehe. Was muss passieren, damit du zu dir selbst im Spiegel sagst, ich bin erfolgreich? Ja, sehr gute Frage. Ich habe das Gefühl, der Richtwert ändert sich ständig. Also wenn man mir irgendwie vor drei Jahren gesagt hätte, hey, du hast ein UIC-Startup gegründet, deine Seeds geraced und du lebst jetzt quasi im Silicon Valley, hätte ich schon gesagt, ja, ziemlich erfolgreich. Aber im Moment fühlt man sich dann halt natürlich eher immer anders. Ich glaube, was für mich einer der größten Punkte ist und das kommt jetzt wieder lustigerweise zum Geld zurück, aber ich glaube, finanzielle Unabhängigkeit ist ein riesen Aspekt dabei, weil es heißt halt, dass wir mit Blair irgendwas geschaffen haben, was ziemlich guten ökonomischen Mehrwert liefert. Und das heißt aber auch, dass ich komplette Freiheit habe, auszuleben, was ich ausleben will. Ich kann noch stärker in den Self-Improvement-Bereich gehen. Ich kann noch viel freier die Geschäfte oder die Startups wählen, die ich baue und ich habe einfach mehr Ressourcen zur Verfügung, um die Ziele zu verwirklichen, die ich habe. Ich glaube nicht, dass das so ein einzelner Punkt ist, aber ich glaube, was früher immer so mein Maßstab war, ist, ich will einfach Unternehmen bauen, die einer Vielzahl an Leuten Mehrwert stiften und aber bei der auch eine Vielzahl an Leuten irgendwie arbeitet und die so als meine Art erweiterte Familie sehen und mit denen zusammen einfach gute Sachen bauen. Wenn ich das irgendwann habe und das ist alles stabil, dann bin ich, glaube ich, in meinen Augen erfolgreich. Aber um nochmal eine erweiterte Antwort zu geben, ich glaube, für mich ist es einfach eine Balance aus irgendwie erfolgreicher Startup-Gründer zu sein oder erfolgreicher Gründer im Generellen, aber auch irgendwie andere, meine anderen Ziele irgendwie nicht komplett aus den Augen zu verlieren. Zum Beispiel, wenn ich irgendwann extrem unsportlich wäre, würde ich mich, glaube ich, einfach nicht als erfolgreich bezeichnen, einfach weil es so stark eingeprägt ist bei mir. Bleiben wir noch einmal im Uni-Kontext. Und Steve Jobs hat, ich glaube, im Jahr 2005 eine Rede vor Absolventen der Stanford-Uni im Silicon Valley gehalten. Und damals, das war eine super bekannte Rede, vielleicht hast du sie mal gehört, er hat da gesagt, genau, stay hungry, stay foolish, war so der plakative Satz. Und jetzt mal umgedreht, angenommen, du müsstest jetzt vor der WHU, also deiner Alma Mater, eine Rede an die Abschlussklasse halten. Was wäre denn dein Rat an die? Geht alle nicht zu McKinsey und Goldman, sondern macht was anderes. Okay, jetzt ist mal gut. Wer meint, nein, also ich glaube, ich glaube, es gibt auch legitime Gründe, da hinzugehen, auch wenn ich da nicht allergrößter Fan von bin. Und ich glaube, dass viele Leute ihr Potenzial da bis zu einem gewissen Grad verschwenden. Teilweise auch meine besten Freunde von der WHU. Schöne Grüße an dieser Stelle. Nee, also ich glaube, ein Riesenpunkt, der mir immer sehr stark geholfen hat und wo es auch ein bisschen gedauert hat, das zu realisieren, wo die WHU aber sogar auch ein Teil zu beigetragen hat zumindest, ist, dass man, wenn man irgendwie lang genug drüber nachdenkt und genug reflektiert, oft Lösungen finden kann für die eigene Karriere oder sich Wege erarbeiten kann, die erstens nicht ganz offensichtlich sind und die zweitens nicht die normalen Wege sind. Und ich habe das Gefühl, dass viele Leute sich viel zu sehr darauf beschränken, was sind die prestigeträchtigsten Job-Ausschreibungen, die ich gerade sehen kann und wie kann ich mein Leben darauf optimieren, diese Dinge zu bekommen. Und ich glaube, eine Sache, die mir immer sehr stark geholfen hat und ich glaube, auch anderen Leuten helfen kann, ist, sich selbst Chancen zu erarbeiten. Ich nehme das Silicon Valley Praktikum als Beispiel. Es gibt noch viele andere Beispiele. Ich glaube, dass man sehr viel dadurch erreichen kann, wenn man kreativ darüber nachdenkt, was man will und wie man dann irgendwie dorthin kommen kann, selbst wenn es nicht ganz Mainstream ist. Und dann glaube ich, was gerade bei WAU-Lern auch sehr wichtig ist, weil fast jeder an der WAU ist ziemlich ambitioniert, auch eine gewisse Grundintelligenz ist in der Regel definitiv gegeben. Ich glaube, dass man den Horizont ein bisschen erweitert und breiter irgendwie über den Tellerrand hinausschaut und teilweise auch aus anderen Disziplinen sich irgendwie Wissen aneignet. Ich habe das Gefühl, die besten in Anführungszeichen Leute, die ich kenne, sind entweder Weltklasse in einer bestimmten Sache, aber haben oft zwei Zweige oder drei Zweige relativ gut miteinander vereint. Und diese beiden Punkte wären wahrscheinlich so Punkte, die ich unterbringen würde. Und dann würde ich hoffentlich stark daran arbeiten, das um einiges eloquenter zu formulieren, wenn ich dann wirklich zum Redepult muss. Okay, klar. Du hast es gut gemacht, aber du hast recht. Als du mir, als du eingangs die Geschichte erzählt hast, wie du das Silicon Valley Praktikum bekommen hast, habe ich mir auch kurz gedacht, ja, warum habe ich das eigentlich nicht gemacht? Also, da hättest du mal besser die Rede damals für mich gehalten. Finde ich super, ein super Rat. Und die letzte Frage, die ich jedem meiner Interviewgäste hier in dem Podcast stelle, ist, was ist der beste Ratschlag, den du jemals bekommen hast? Also, ich glaube, um ehrlich zu sein, dass fast alle richtig guten Ratschläge, die ich bekommen habe, mir nicht persönlich gegeben wurden, sondern ich sie durch Bücher oder andere Formen irgendwie mitbekommen habe, weil dort schaffen es Leute halt ihre besten Gedanken irgendwie zu destillieren und mitzuteilen. Und in der Situation kriegst du dann halt irgendwie die Volatilität komplett mit, selbst wenn du mit interessanten Leuten sprichst. Aber es gibt so zwei Sachen, die mir da irgendwie in den Kopf kommen. Ich glaube, Punkt eins ist, ich habe relativ früh ein Buch gelesen, ich weiß gar nicht mehr, in welchem Buch das war, wo es darum ging, wie irgendwie so beeindruckende Persönlichkeiten der Vergangenheit in jeglichem Bereich irgendwie so ihren Alltag gelebt haben. Und es gab irgendwie so zwei Sachen, die viele miteinander vereint haben. Einerseits Konsistenz. Wenn du halt lang genug irgendwie dranbleibst und an einer bestimmten Sache nagst und einfach irgendwie hart arbeitest und Fortschritte machst und was weiß ich, dass du dann vorankommst, das ist eine sehr wichtige Sache. Und der zweite Punkt ist, dass die Leute Dinge gemacht haben, in die sie ihre eigene Neugier oder teilweise auch ihr eigenes Interesse irgendwie reingebracht hat. Ich glaube, das ist eine wichtige Sache. Und dann aber relativ konkret eine Sache, die mir persönlich gesagt wurde, die auch ein bisschen mit der Rede zusammenhängt. Ich habe mal, als ich in Palo Alto war und an der Bahnhaltestelle auf den Culltrain gewartet habe, zufällig jemanden kennengelernt. Sehr lustiger Typ. Er war irgendwie gerade mit Hawaii-Kette und Koffer und Flipflops unterwegs. Und wir haben irgendwie angefangen, uns zu unterhalten. und haben auch irgendwie ein bisschen über das Leben gesprochen etc. Ich habe ihm erzählt, ich bin irgendwie intern hier. Und dann ist er irgendwie rausgekommen, er hat gerade sein Startup an Google verkauft und ist gerade auf dem Weg auf irgendwie so eine Privatinsel, wo er sich irgendwie so ein Haus zugelegt hat. Also ziemlich erfolgreicher Typ. Aber das hat er erst irgendwie gegen Ende der Konversation gesagt. Und eine Sache, die er gesagt hat, werde ich nie vergessen. Und er meinte sowas wie, wenn du genau das machst, was der Durchschnitt macht oder was der normale Mensch macht, dann hast du zwei Nachteile. A, du kommst nicht so schnell voran, wie du vorankommen könntest. Aber B, du wirst eigentlich fast immer unglücklich beziehungsweise nicht so glücklich, wie du eigentlich sein könntest. Weil er der Überzeugung war, dass viele soziale Normen oder viele Dinge, die irgendwie so tagtäglich ausgelebt werden, nicht wirklich darauf optimiert sind, der Einzelperson den größten Mehrwert zu geben, sondern einfach oft einerseits sozialer Zwang, aber auch teilweise irgendwie Friction sind. Und das ist eine Sache, die jetzt jeder irgendwie für sich interpretieren kann, was das heißt und wie man damit umgeht. Aber ich finde es immer einen sehr spannenden Gedanken, wenn Leute einfach ihre eigenen Interessen, ihre eigenen Fähigkeiten nutzen, um sich selbst und anderen um sich herum so viel Mehrwert zu stiften, wie es irgendwie geht. Und das kann teilweise sein, wenn du Künstler bist über deine Kunstform. Es kann teilweise sein, wenn du Unternehmer bist über das. Es kann auch sein, wenn du irgendwie Angestellter einer bestimmten Funktion bist, dort den größten Mehrwert rauszuholen. Aber ich glaube, dass viele Leute sehr traditionelle Sachen irgendwie angehen und sich aber oft nicht bewusst sind, was es für andere Chancen und Möglichkeiten gibt. Ich glaube, das wäre so die eine Sache, die mir wirklich persönlich auch nochmal geholfen hat, bei vielen Dingen einfach zu reflektieren, wie ich über das Leben nachdenke und die dann ein bisschen Stärke auch geprägt hat, wie ich mit verschiedenen Sachen umgehe. Lebensrat von einem Typen, der gerade sein Startup an Google verkauft hat. Ich weiß bis heute nicht, wie er heißt. Ich müsste ihn eigentlich mal irgendwo suchen. Ja, unbedingt. Vielleicht auf seiner Insel. Ja, ja. Gäste wird frei. Vielleicht macht er jetzt eher wie ein Lieb. Mike, das war eins dieser Interviews, wo ich auch noch eine weitere Stunde mit dir hätte reden können. Ich habe noch ganz viele Sachen auf meinem Zettel, zu denen wir gar nicht gekommen sind. Und ich die ganze Zeit versucht habe, das Gespräch auf 60 Minuten zu begrenzen, was ich eigentlich anstrebe für meinen Podcast. Aber es ging dann doch nur über ein bisschen länger. Deshalb nochmal vielen Dank für deine Offenheit und für deinen Optimismus auch. Ja, der Podcast heißt Digital Optimisten. Und ich glaube, eine Sache kam wirklich raus. Und das ist dein Optimismus und wie du in die Zukunft siehst. Deshalb vielen Dank, dass du teilgenommen hast und Gast warst hier. Ich will noch eine letzte Sache sagen. Und zwar ist mir mittlerweile eine Sache angefallen, die ich in letzter Zeit gelernt habe. Und das wäre doch irgendwie ein guter Kreis, den wir irgendwie ziehen. Und zwar ist es sogar eigentlich peinlich, weil in meinem Tagebuch schreibe ich jeden Tag eine Sache auf, die ich gelernt habe, aber irgendwie kam da nichts Gutes. Und zwar eine Sache, die jetzt auch keine direkte Fähigkeit ist, aber ich habe in letzter Zeit wieder gelernt, Spaziergänge zu nutzen, um über sehr komplexe Probleme nachzudenken. Und es gibt wenig Sachen, die mir in letzter Zeit so sehr geholfen haben, wie ohne Handy und ohne alles, einfach nur rauszugehen und mit sicherem Abstand von anderen Leuten mit Maske rumzulaufen und meine Gedanken schweifen zu lassen. Und das war eine Sache, die ich gar nicht so erwartet hätte am Anfang, aber die mir in letzter Zeit sehr viel Freude bereitet hat und einiges an Mehrwert gebracht hat. Da habe ich gedacht, das muss ich nochmal kurz erwähnen. Dann kann ich dir Ocean Beach empfehlen in San Francisco. Das mache ich immer sehr gern. Wunderschöner, langer Sandstrand. Danke für den Tipp. Da wird es so ganz lange gehen. Cool. Mike, nochmal vielen Dank. Mein Abschlussstatement habe ich schon gemacht. Deshalb bleibt mir nur nochmal zu sagen, vielen Dank, dass du teilgenommen hast und alles Gute für Blair und dich persönlich. Danke dir. Es hat mich sehr gefreut, Alex. Danke dir. Musik Musik